Moin Leute und herzlich willkommen zur ersten Folge von Minecraft Abenteuer 5. Heute werden wir sehen, ob wir überleben oder sogar sterben. Ich bin leicht krank, ich hoffe man hört es nicht allzu stark. Ich bin ergeltet, ich bin glücklich, dass ich das heute spielen kann und nicht Harry alleine lassen muss. Ja, mein Teamarater ist wieder Harry. Wir probieren es nochmal. Ich muss versuchen, dass Harry nicht stirbt. Harry darf dieses Mal nicht sterben. Wir werden versuchen ins Finale zu kommen und sogar zu gewinnen. Aber es ist ein weiter Weg. Sieben Wochen, jeden Samstag oder Sonntag, ich weiß noch nicht genau. Eine Folge Minecraft Abenteuer 5. Ich hoffe zumindest, Projekte danach sind auch schon geplant. Let's go, ich hoffe es euch gefällt. Viel Spaß mit der Folge. Let's go. Ach, denke ich, ja genau. Oh mein Gott, Harry. Ciao, ne? Ciao. Harry, es geht los. Kann ich abbauen? Doch. Oh mein Gott. Harry, hau ab. Hau bitte ab. Scheiß drauf. Die wollen uns, die wollen uns, die wollen uns. Und lauf, Harry. So. Oh mein Gott. In welche Richtung kommst du runter? Ich bin unten. Ah, ich hab die Aufnahme nicht gestartet. Oh nein. So, kommst du. Wo bist du? Ich bin schon weitergelaufen. Ja, ich bin jetzt beim Berg. Links vom Berg, links vom Berg bin ich. Okay, dann laufen wir denselben Weg wie letztes Jahr. Ja, genau denselben, bis zum Fluss. Gut. Oh mein Gott, Harry. Es geht endlich los. Ey. So. Mann, wir haben jetzt keinen Bambus. Das ist voll kacke. Ja, egal. Nein. Wofür brauchst du jetzt Bambus? Wegen den Sticks. Wir hätten eine Farm bauen können. Ja. So, ich bin jetzt links beim Berg. Ich bin beim Fluss. Beim Fluss, okay. Ja, bin ich jetzt auch. Hier ist eine Kuh. Komm, wir kümmern uns direkt um Essen. Wo bist du beim Fluss? Ich baue Holz ab. Ich baue Holz ab. Ich sehe deinen Namen. Ich sehe deinen Namen. Ja, wo? Ich komme zu dir. Ah, da bist du. Ja, okay. Ich sehe es. Wird ich bei euch auch Holz ab? Wollen wir weiter weggehen? Ja, ich will die Kühe hier mitnehmen. Ich zitterfrüchte ich wieder. Harry, es geht endlich los. Und ich hoffe, heute ohne irgendwelche. Ja, und die Zuschauer, das ist der zweite Versuch des Starts. Streamst du? Nein. Aufnahme. Ey, ich kann nicht craften, ne? Ich bin so lost. Also, du benutzt es auch. Die droppen nix. Nee. Die droppen nix. Das ist Game. Ja. Ich habe zwei Kühe gekillt. Die haben beide nix gedroppt. Ja, bitte lad jetzt Chunks. Mein ganzer PC laggt, ey. Ich bin jetzt an der selben Stelle wieder nicht geladen, wie letztes Mal. Ja. Ist genau an der selben Stelle. Bist du in die Höhle rein? Nee. Ich habe den Zucker aber hier mitgenommen. Droppen die. Wo bist du? Eins von eins, 20 Spieler schlafen. Ja. Super. Also. Let's go, Harry. Let's go. Wir gehen wieder in die Höhle hier. Äh, ich nehme Holz mit. Ich nehme Holz mit. Noch sind nämlich keine Mobs da. Du weißt, wo die Höhle ist? Ja, hier. Ich bin in der Höhle. Mach mal das Steintool schon mal. Ich mache. Kannst du noch ein bisschen Holz abbauen? Kannst du noch ein bisschen Holz abbauen? Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Und sneak. Ich kann nicht craften. So, jetzt kann ich craften. Sneak, sneak, sneak. Mobs droppen nicht. Okay, das ist ja. Kann ich mich nicht drum kümmern. Ja, Mobs droppen wirklich nicht. Die zwei Kühe haben nicht gedroppt. Ja, ich weiß. Das ist das. Aber alles andere droppt. Dann haben wir halt erstmal kein Essen. Ja, Harry. Wir haben erstmal kein Essen. Also, ich glaube, das ist das größte Problem hier. Hast du Seeds? Ich, äh, nee. Ja, hab ich. Ich wohl auch nochmal. Ich hab eins Seed. Ich hab auch einen. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Gut, kommst du runter. Ich hab schon das hier zugebaut. Ich hab drei Seeds. Kommt zum Besten rein. Barrierenfreiheit. Mach mal kurz Barrierenfreiheit schalten. Schleichen umschalten. Da musst du nicht durchgehend Shift gedrückt halten. Barrierenfreiheit. Was? Einstellung, Barrierenfreiheit und dann Schallauf. Ich hab das auf Englisch. Was steht da bei dir als zweiter Punkt von links? Zweiter. Controls. Ah, nee. Videosettings. Was? Von links? Ja. Du bist rechts. Nein, Videosettings. Ah, oh, warte. Barrierenfreiheit ist letzter Punkt rechts. Ah. Sneak Toggle. Ja, genau. Ah, gut. Jetzt musst du nur eine drücken und dann kannst du, dann sneakst du auch, wenn du craftest, oder? Ja, dann sneakst du auch, wenn du craftest. Okay, gut, 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 gut. Und was ist dann, äh, was mit den Items, die wir haben? Ja, wieder neu. Dann müssen wir schon wieder neu anfangen. Ja. Ja. Yay. Dritter Versuch. Also, Jana, entweder wir machen jetzt eine neue Welt oder wir machen so weiter. Alle guten Dinge sind frei. Dann brauchen wir auch keine Border mehr, wenn die Welt immer so klein ist. Ja, das stimmt. Ist die nicht ein bisschen zu klein? Ja, das denke ich auch, das wäre vielleicht fürs Finale eine Welt, aber. Aber wieso leckt der Server nicht? Der hat doch immer geleckt. Das war bei mir in vielen Plugins. Ich habe jetzt nur eins drauf. Jetzt geht's. Äh, eben, ich habe mir schon noch einen Pickel gemacht. Ja. Also, was machen wir jetzt? Egal. Egal, so was ich spiele. Gut, wir spielen jetzt wohl auf der kleinen Map hier. Ah, wir sind wieder in Team Show. Ja. Ja. Spielen jetzt wohl auf der kleinen Map. Ja, ich war dabei, ich war dabei. Ich habe einen Mindshift. Oh, wichtig. Aber Harry, pass auf. Ich kenne jemanden, der ist gestorben. Weißt du, wie der heißt? Mr. Galaxy. Ja. Ich bin tot. Nein! 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 Du scheiß Skelett, Junge. Ich mache jetzt hier erstmal zu. Ich sterbe, Harry. Ich sterbe. Warum stirbst du? Wegen Essen. Hier, warte, ich droppe. Wo hast du denn Essen her? Ja, von der Insel oben. Achso, ja, lass anbauen. Lass anbauen. Hast du eine Hake? Ja, mach ich, habe ich gerade. Ja, dann warte. Hier. Hä, es geht nicht. Wir brauchen Licht. Ach, ich habe keine Kohle. Wir haben eine Kohle. Dann mach eine Kohle. Ey. Denk nicht weiter an. Da unten war Wasser. Ich erinnere mich nur noch sehr gut dran, wo du deine Spitzhacke runtergeschmissen hast und hinterher gesprungen hast. Das ist... Harry, der Clip... Gib mir die Eisenspitzhacke. Mach es nicht. Mach es nicht. Nein! Und ich spring hinterher. Ich... Was dachtest du denn jetzt da? Ich dachte, da wäre Wasser. Dann war das aber keine Stunde, oder? Oh, Harry. Oh, Harry. Was? Riesenhöhle. Wäre aber schon toll, wenn du immer wieder zubauen würdest. Achso, tut mir leid. Ich gehe auf die Jagd. Ich gehe auf die Jagd. Creeper? Creeper? Ja, ich weiß, dass du ein Creeper... Easy. Äh, okay. Nee, okay. Aufhören. Aufhören. Nein, ich will dieses Eis nahmen. Nein, Mann, bleib so. Wir haben gleich Schlau. Ich gehe auf die aus. Ich habe die aus.